Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir und mein erster Vlog, den ich mal wieder zu Hause starte, sonst war ich ja letztens immer in Portugal. Ich starte den Vlog heute um 4 Uhr, denn ich war heute Morgen die ganze Zeit in der Stadt und habe mir einen Akku geholt. Für 70 Euro. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass so ein Original-Akku für meine Kamera einfach 70 Euro kostet, aber okay. Ne, ich brauche einfach einen zweiten Akku, weil, keine Ahnung, ich brauche halt einen zweiten Akku. Oh mein Gott Leute, morgen steht ein aufregender Tag für mich an und ich habe ehrlich gesagt auch mega Schiss. Ja, ich möchte euch ehrlich gesagt noch gar nichts verraten, weil ihr werdet es morgen erfahren, was ich vorhabe. Wenn das Video überhaupt morgen online kommt, ich denke, das kommt entweder morgen oder übermorgen online, aber trotzdem habe ich übel Schiss. Übrigens fahre ich Freitag wieder nach Köln, endlich. Oh mein Gott, ich war so lange nicht mehr in Köln. Als ich in Portugal war, wurde mir diese Nachricht hier geschrieben, heißt mein MacBook ist wieder am Start. Ich musste mich jetzt die ganze Zeit mit dem Moritz MacBook rumschlagen, aber es ging eigentlich. Nur dein Akku ist irgendwie kaputt, weil er einfach in einer halben Stunde wieder leer ist, wenn man den benutzt. Immer wenn man den MacBook geöffnet hat, dann sah man nur das hier. Isabelle mit kaputten MacBook. Ja. Ne, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder auf meinen MacBook. Aber bevor wir auf meinen Titel zukommen, esse ich jetzt erstmal. Leute, kennt ihr das? Das ist einfach mega lecker. Das ist dieses eine Kartoffelomelette mit Eier oder so. Keine Ahnung, das ist übel geil. Und ja, einige haben da schon im letzten Video in die Kommentare geschrieben, dass mein Fingernagel weg ist. Es war sehr schmerzhaft, dass das in mir im Pool passiert, aber ja, keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber es ist im Pool passiert und ja, jetzt habe ich nur noch einen Fingernagel. Egal. Okay, ich habe jetzt gerade fertig gegessen und jetzt kommen wir aber endlich zu meinem Titel. Und falls es euch interessiert, ich habe mir gerade eine Karpisonne geholt und das ist gerade ziemlich cool, weil wir hatten noch nie Karpisonne in unserem Haus. Schon krass, ne? Okay, Leute, hier bin ich wieder an meinem Tisch. Boah, habe ich jetzt hier vermisst, wie meine Videos zu drehen, weil ich in letztes Jahr ja so viel gevloggt habe. Ja, ich habe mir jetzt Moritz MacBook geholt. Wir gehen einfach mal auf YouTube und ihr seht es auf jeden Fall schon in meinem Titel. Und zwar heute schauen wir uns die nervigsten Kommentare an, die ich je bekommen habe. Und da fallen mir gerade sehr viele Kommentare in den Kopf ein. Ich gehe jetzt einfach auf irgendein Video von mir und, keine Ahnung, schaue mir einfach die Top-Kommentare an. Oh mein Gott, okay, ich habe jetzt schon einen Kommentar gefunden, aber übrigens nicht wundern, ich habe meine Softbox nicht angemacht, weil ich irgendwie keinen Bock auf das Licht hatte. Und jetzt gerade wird es dunkel, weil die Sonne weggeht. So müsste es wieder heller sein. Und zwar der Kommentar, wie oft hat Isabel letzter Drehtag gesagt? Vor allem das Video, wo ich euch die Villa gezeigt habe. So oft hat Isabel richtig mega und heftig gesagt. Ich weiß ja nicht, wie oft ich etwas sage, aber ich rede einfach in die Kamera und erzähle. Aber zum Beispiel das Wort letzter Drehtag. Klar sage ich letzter Drehtag mega oft, weil es der letzter Drehtag war. Ich finde es einfach irgendwie krass, wie genau die Leute darauf achten, wie oft ich etwas sage. Also irgendwie ist es schon ein bisschen gruselig, aber... Also diese Kommentare finde ich schon echt unnötig und irgendwie auch nervig. Aber okay, die nächsten nervigen Kommentare, die mir gerade einfallen, sind diese Kommentare. Erste, ja, erster, oh mein Gott, erste, erste, erster, erste, erste, erstes... Alter, das ist wirklich immer so. Ich lade ein Video hoch und dann aktualisiere ich die Kommentare. Okay, da steht halt so 100 Kommentare, okay, da ist 100 Kommentare. Aber da stehen nicht so sinnvolle Sätze oder Wörter drin, sondern einfach nur überall einzen. 100 Einzel, also sind 100 Leute erster, also das ist schon mal unmöglich. Aber diese Kommentare, die f***en mich richtig ab. Also die nerven mich wirklich mega. Aber ich glaube, das ist bei jedem so einfach mega nervig. Okay, ich dachte erst, das würde gut funktionieren ohne Softbox, aber es funktioniert doch nicht so gut. Egal, wir machen weiter. Diese Kommentare entstehen meistens, wenn ich meine Videos sehr früh hochlade. Also für mich bedeutet sehr früh so, keine Ahnung, 5, 6, 7 Uhr oder auch 8 Uhr. 8 Uhr ist auch für mich sehr früh, weil normalerweise lade ich meine Videos erst so Mittelnacht hoch. Immer, das ist immer so. Immer, wenn ich ein Video früh hochlade, dann spammt ihr wirklich die Kommentare wieder dazu. Zum Beispiel, so früh und mega Video. Danke. Wie früh kommt ein Video? Warum so früh? Isabel, was ist los? Es ist 20 Uhr, the f***. Also für die Leute ist es auch mega früh, wenn ich mein Video um 20 Uhr hochlade. Oha, diesmal nicht um 0 Uhr, sondern 20 Uhr. Respekt. Ja, also wie gesagt, also für die Zuschauer ist 20 Uhr echt früh. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie ich es schaffe, meine Videos immer um 0 Uhr nachts hochzuladen oder sogar um 1 Uhr nachts oder 2 Uhr nachts. Keine Ahnung. Jetzt gucke ich mal bei Überprüfung aufstehend. 675 oder auch wahrscheinlich Spam. 3588 Kommentare. Nice. Also was hier natürlich richtig oft zu sehen ist, sind so, ja, Beleidigungen. Fein. Ey, mega viele schreiben ja, lösch dich. Kamera, der Riemann, lösch dich. Warum soll ich mich löschen? Ich habe gar nichts getan. Ich lade nur Videos hoch. Oder hi, du bist hässlich. Hä? Wie kann man denn so, hey, Moritz, nachmachen? So lächerlich und geldgeil. Geil. Also es sind jetzt zwar keine nervigen Kommentare, es sind jetzt zwar Hate-Kommentare, ne? Ich gucke jetzt gerade bei Überprüfung aufstehen. Das sind ja so viele Hate-Kommentare. Aber oh mein Gott. Ich bin ja auch schon zu dem letzten Punkt, was mir so eingefallen ist, was nervige Kommentare angeht. Und zwar ist das Eigenwerbung. Oder auch irgendwelche Links, die zu irgendwelchen Webseiten oder so führen. Zum Beispiel hat der GiantLiantv geschrieben. Könnt ihr mir zu den 50 Abos helfen? Hab eine Wette mit meinem Bruder und wenn ich heute keine 50 Abos mehr schaffe, muss ich ihm 50 PS entkaufen. Bitte helft mir Leute, seid Ehre Männer. Also ich habe nichts gegen Eigenwerbung und ich kann verstehen, wenn man sich selber ein bisschen hochpushen möchte. Aber dann so zu spammen ist dann wirklich auch schon ein bisschen zu viel. Ich bin froh, dass es sowas auf YouTube gibt mit Überprüfung aufstehen und wahrscheinlich Spam. Weil ich glaube, ohne diese zwei Sachen, da werden die Kommentare so voll bemüllt. Also gut, dass es sowas gibt. Und an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder dieses Video von heute. Wenn ihr natürlich noch kein Abo da gelassen habt, dann lasst ihr es gerne ein Abo da. Und werdet ihr ein Teil von der Insme-Army. Es lohnt sich wirklich, Leute. Ich habe so 1-2-Morgen. Ich weiß nicht, ob das Video morgen oder übermorgen online kommt, aber ich habe so Schiss. Ich habe wirklich so Schiss. Seid auf jeden Fall gespannt, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und Peace out. Bis zum nächsten Mal.